Martin? Martin? Ja? Sandwiches und Fingerfood. Ich brauch zufriedene Gäste. Und mit vollem Magen verhandelt sich's besser. Ich steh noch in der Kombüse, Mr. Locking. Ich hol sie gleich. Ähm, ich nehm da noch so einen. Alles okay? Ja, und ein neues Hemd, bitte. Hey, Entschuldigung. Sie besetzen meinen Liegeplatz. Ja, und Sie haben mein Hemd ruiniert. Ich denke, damit sind wir quitt. Martin, alles vorbereitet? Keine Sorge, ich mach das schon. Darf ich hin? Der Tank ist voll, Sicherheitscheck durchgeführt. Sie kommen ganz sicher alleine klar, Mr. Locking? Ähm, nein, jetzt nicht mehr. Danke. Danke.